In der Schweiz tricke die Uhren ein wenig langsamer als hier, deshalb ist es in der Schweiz auch erst 20.10 Uhr und wir haben es hier schon, wie fast ist es, ist es schon nach Mitternacht? Es ist ja auch egal, weil was bedeutet schon Zeit für uns Menschen, wenn die Tiere doch auch keine Uhren haben. Bis Spitalien! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020